Dieser Event hier ist sehr hochinteressant, es ist sehr schön, man kann sehr viel Informationen einsammeln. Es ist eine gelungene Veranstaltung von MAV und Tarnus in gemeinsamer Arbeit mit ihren Zulieferern. Ich arbeite bei der Firma Festo Global Engineering, habe die Aufgabe der Fertigungskonzepte in der Zerspannung auszulegen, im Schwerpunkt von der Maschinenbeschaffung, Maschinenauslegung, Werkzeug, Spannmittel, Taktzeit- und Herstellkostenbetrachtung und dann im entsprechenden Fall auch die Umsetzung in Landesgesellschaften. Wir sind schon zu lange mit der Firma Tarnus in Kontakt. Wir haben auch Maschinen für der Firma Tarnus bei uns in der Fertigung in Deutschland, sind auch in Kontakt für Auslandsgesellschaften und haben verschiedene Projekte und Ansatzpunkte, wo wir gerade Projekte erarbeiten oder auch suchen, worauf es passt. Im Einzelfall muss es sich immer dann noch entscheiden, passt das Produkt ideal zur Maschine, ist das ideal hierfür oder geht es auch in die Landesgesellschaft, die Nachbetreuung. Das muss aber immer im Einzelfall im Detail betrachtet.